Berechnen Sie f' von x mit Hilfe eines ausführlichen Grenzübergangs. f von x gleich x hoch 2 minus 3 x plus 4. So, hier steht der ausführliche Grenzübergang. Wir müssen zunächst mal f von x plus h hinschreiben. Das ist, jeder weiß ja, dass f von x plus h bedeutet, statt x schreibe x plus h in Klammern. Das ist also x plus h in Klammern zum Quadrat minus 3 mal x plus h plus 4. Und damit ist f' von x gleich Limes h gegen 0 von f von x plus h, das ist x plus h zum Quadrat minus 3 mal x plus h plus 4 minus f von x. Das f von x steht hier, auch in Klammern. x² minus 3x plus 4 geteilt durch h. So, als nächstes müssen wir hier die Klammern auflösen. Das ist also Limes h geht gegen 0 von x² plus 2xh plus h², binomische Formel, minus 3x minus 3h plus 4 minus x² plus 3x minus 4 durch h. So, und jetzt hebt sich das f von x weg, das heißt, das hebt sich weg gegen das, die minus 3x gegen das plus 3x, die plus 4 gegen das minus 4. Und wir erhalten Limes h gegen 0 von 2x plus 2x plus 2x plus 2x minus 3h durch h. So, jetzt können wir das h im Zähler ausklammern und wir erhalten Limes h gegen 0 von h mal 2x plus h minus 3 geteilt durch h. Jetzt lässt sich das h kürzen, das heißt, das kürzt sich gegen das weg und dann können wir direkt den Limes bilden, das heißt, für h gleich 0 einsetzen. Wir erhalten also 2x plus 0 minus 3, also 2x minus 3.